und es war eine Metase für den Penis Pascale bei was eigentlich nicht nur egal man kann es so wie geht und man kann es so interpretieren die 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 ich gehe zu Pascale und mit dem Weg und noch kamen die Mütten und ich weiß Musik ins Haus von die Texte aber ich würde sagen ich sitze das war es das Spuren ich brauche ein Turm also es ist doch klar mehr kündigte ich nicht nur ein Turmbaum bei Skull finden das ist Gott bei Max Pascal Natürlich. Komm, ich jetzt auch mal gucken, wie er so gemacht hat. Ja, super. Wie sich mein Junge so gemacht hat. Komm, wegen Zuckerrohr oder was? Ja, das hast du schon abgehandelt. Warte mal, Pascal, ich komm dann gleich mit zu dir. Und tschüss. So, hast du Angst vor deinem oder was? Ja, klar. Ich hab noch keine tollwütigen Hunde. Hab doch erzählt, man. Die dealen immer an den Fichtenbäumen mit Cobblestone, weißt du? Ach, ach ja. Und ich schulde noch Geld, weil ich mein Cobblestone nicht bezahlen konnte. Und ich veranfahre, Hartz IV war nicht da, weißt du? Ach so, und Farm war keine Option für dich? Nein, nein. Ich stehe lieber in Hause und ich bin Michael. Aber das war ein Wissensatzviel, sagt es, ist ja wirklich kein bisschen, da ist der Vopost kann noch mehr. Dankeschön. Ja, so ist es mir, tut mir leid, das war da wirklich kein bisschen. Oh nein, es ist jetzt. Schade, schade, schade. Ja, es war ein Versuch, jetzt auch schade, also. Was, Kai, du hast hier Holz mit, äh, Max, du hast hier Holz mit Erde und Sand gemischt. Und ich hab mir ein bisschen kackiges aus, und... Hä, unten, das ist einfach nur mein Keller, also das... Ja, weil ich würde da alles voll mit Holz machen. Ja, mach ich auch noch später. Das ist nur der Anfang, Matze. Doch, mach ich. Man, Matze, das ist nur der Anfang. Ja, Post, Kai ist natürlich weg. Ja, ich hab auch noch keinen Hund. Ich hab doch gesagt, ich geh weg und will dich mit Sachen gehen. Du krasser Hund, du. Du Homo. Ich hab auch noch keinen Hund. Ich hab gesagt, du bist ein krasser Hund. Nein, du bist ein krasser Hund. Oh, 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 oh. Okay, Max, der Rost wirklich ganz zu hoch. Ich dachte, ich schaff's bis jetzt mehr, hab's aber nicht. Nein. Also, ich hab's geschafft, du, Homo, du. Äh, da wird so auch von anderer Seite gesprungen. Ja, ich bin so dumm wie du. Ich hab mich untergeguckt. Oder du bist ein völlig gesprungen, hast vergessen zu springen oder so. Ja, klar. Ich bin runterge... Na, geschlichen. Ich hab so krasses Skill, dass ich beim Schleichen runterfallen kann. Oh, alle so krass mal. Mach das mal nach, mach mal. Ich hab schon fast auf Maxenniveau. Was kann man aus? Ja, wo? Genau in dem Dein zu vollendet, wenn du in deinem Haus drin bist und ich drückst, siehst du's doch. Ja, stimmt. Ich bin auch bei dir. Ich geh einfach zu dir. Mach ich da. Oder geht es meine Mine? Nein, nein, ich sehe schon. Ich hab dich mit der Mine verbunden. Ich hab's gerade ein bisschen in den Gang war, den du das schon vorgebaut hast. Also, zu mir im Reingang. Du willst du meine Mine aus Pirn und Diamanten finden. Ja, ja, ja. Ja, ja, du wirst du's, du's zwei. Nee, eigentlich ja knapp 18, aber naja. Knapp 18? Stacks? Warte, eh, das ist ja. 18, Stacks hab ich. Komm in den Dreck. Cooles Haus rein. Das war nur so ein Reflex, weißt du. Ja, das war so ein Buch. Da geht's um ein Hexenhaus. Ich hab ein Hexenhaus. Ich hab mich schon in den Anfang gefunden. Nein, das ist ja nicht der Anfangs-M-Song. Sehr ruhig. Doch ich mal. Oder doch, ich glaub's ist das sogar, keine Ahnung. Du brauchst es aber noch ein bisschen aus von der Größe her, oder? Nee. Nee, das bleibt jetzt so groß, weißt du? Der Romul ist so. Ja, okay, das war, wir sind wirklich, wir sind voll nah am Spawn. Ja, wir können den Sporn mit einem Obsidian umbauen. Und dann Sascha Kitt, davor sein Bett aufbauen. Kann der einfach mal ein Bett mit Obsidian aufbauen, Vollidiot. Nee, 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 das ist ja nicht lustig. Aus dem Hass, das, ach, von wem hast du das nochmal? Hat das stimmt, du schon einmal gemacht, ne? Nee, nee, kennst du das ganz genauer schon mal gemacht. Äh, so was darfst du? Äh, so was, 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 hast du schlecht in Latte-Marsch, also? Stell nicht, sein Latte in den Arsch oder was. Dann hat man mal den Stuhl solle Umschneidung geklebt. Der Foss war wirklich einer. Scheiße. Willst du dich auch mal raufsetzen? Nee, das mal. Traurig. Dust nur beim 1. Mai weh. Ich dachte, er steht hinter mir und sagt's so. Ja, ich fang Gott Holz. Ja, jeder. Ich sah, dass du die Verzauberungsraum machst. Keine Ahnung, wo der ist. Der hat nicht mal einen. Wo kommt der denn denn? Ich hab mich durchs Decke gebaut. Durchs Decke? Ja, ist so. Nimm das dein. Du bist aber ein krasser Typ. Nee, krasser Rund bin ich. Lifestyle. Lifestyle and more. Ja, brauchst du dich dann noch durch. Zweieinhalb Mal. Dreieinhalb Mal bitte. Weil du mal schon sachlich bleiben, okay, Max. Nee. Doch, wenn du sagst, dann ist das auch so. Nee, heute nicht. Heute nicht. Doch. Nee, du homo. Sag mal, da ist das auch so. Kaktum. Ach so. Ich fühlge dich mal auf �iserrunden Haus. Das denk ich. Nee, ich denk es nicht. Ich weiß das. Und es gemacht Spaß auf Klotz zuletzt. Ja. Ja. Also nicht, oder wenn ich auch einmal still bin, dass kann sein, dass ich da eine Wurst rauslassen muss. durch abdrücken musste er kommt es mit Handtuch zu ganz verschwitzen wieder das war das war eine große sein dicker Sascha wüscht ihr den Popo na klar, machen wir immer so stimmt's was, Kai? kommst du gleich vorbei? ja, wir haben uns manchmal so zu Partys ja, ihr seid doch bei dir niemeneinander wir sind niemeneinander da muss ein Doppelklo gekauft man dann so im Grotklo gekauft ey, in Frankreich auf die Autobahn gibt's in den Kloster, da musst du in Kiemsch im Stehentagten das sind zwei Fußabdrücke auf dem Boden und dann musst du dich da hinstellen und dann hätte mir noch ein Kack in Frankreich gefahren ich weiß, sie sind toll, hab ich nicht gesehen, hab schlimmere Toiletten gesehen nein, ich bin nicht gesehen nein, ich bin nicht gesehen nein, ich bin nicht gesehen du musst die Hose nicht runterziehen du musst die Hose ganz ausziehen, um dazu kacken so geil, kann vorne einer halten halt mal bitte die Hose, ich muss schnell kacken das wäre nett, wenn du sie mir festhältst, dankeschön ich meine, ich bin nicht mit Heidem was anderes ach so es geht doch was anderes, ups es gibt in deine Mini-Prost Prost 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 die hast du runtergeholt, masturbiert Prost aber ich hab vorher noch abonniert und favorisiert bevor ich masturbiert habe ne, der war jetzt kein bisschen, ne, 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 du Vogel, du scheiße ich fehlt noch ein Bücherregal, dann hab ich glaube ich 15 mein Axt kaputt ist doch was genug Leder ja, hab ich noch ja, zu meinem Leder hab ich auch ein Leder bei ich kann nicht so weit wow auch ein Leder kann sich auch ein Leder geben das ist mir etwas zu viel, Max aber zuhause aber noch ein bisschen mehr ich hab 20 oder so ich hab die beste Lederrüstung kann man färben, die ist geil ich mach mir ne Pinke denn ich mach mir ne Pinke denn ich mach wirklich Lederrüstungsbeter auch ne Pinke die Verzauberstern ich hab die Verzauberte Pinke Rüstung wow wo wir bisher in den Pinke haben wollen ich hab nichts gegen Pinke ich hab das gegen dich unerwartet mir eigentlich was vor erwartet ah stimmt ach nicht schnauschen ich bin eingeschlossen nicht schnauschen nicht schnauschen es wird nach ich hab kein Schwert ich hab kein keine Ahnung ich hab nix bei ich hab keine Ahnung Max hat wieder keine Ahnung der war nicht die Wahrheit Mox Sommer du hast dann nicht, ja ein Herzchenfänger kann nicht mal sein verdammt verdammt jetzt hast du mich gedisst du ja naja das ist so ausgestattet du kannst dich schnell vorbeibringen wieso wir sitzen noch nebeneinander so im Kronkarten ja ich sitz ich sitz neben Sascha gerade ja wir sitzen nach drei wir haben so ein Dreiecklo also du kannst dir aussuchen Klo Papier ohne braun oder mit braun ich nehme mit braun rot ja also ich mag's gern hart soll noch auf weiß oder gelb dabei sein nein nein nur rot ich mag's nur gern hart trotz noch hygienisch Max willst du auch irgendwas vom Klo Max willst du auch irgendwas vom Klo ich bin 30 cm und zart Pascal gibt mir einen linealen Schlag weil nur ein Zentimeter hat hast du noch abgeguckt? ne er hat mir gesagt so ey 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 schon kein Penis tschüss ich geh wieder ja das ist extra zu weichen stimmt ja was wir auch war gestern oder vorgestern? ja du musst ja noch wissen also wenn du dich geoutet hast